Mein Name ist Gerd Landsberg. Das Bonner Projekt Zuhause im Quartier Altwerden unterstützt Bürger beim Aufbau von Netzwerken in ihrer Nachbarschaft. Und das ist nur eines von 219 sozialen Projekten, die die Fernsehlotterie seit Anfang dieses Jahres mit rund 38 Millionen Euro unterstützt und gefördert hat. Und jetzt wünsche ich allen Mitspielerinnen und Mitspielern, die ein Megalos haben viel Glück. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 8 0, 1000 Euro fallen auf die 7 3 5 6, 10.000 Euro auf die 6 1 3 7 5, 100.000 Euro auf die 3 1 2 3 9 1 und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 6 9 9 0 3 0 5. Spielen Sie mit und helfen Sie Ihren Mitmenschen.